Rohstoff-Sammelschiff erwartet Anweisungen. Wir gehen mal hier auf die Abfangjäger und gucken uns das mal an. Melden uns für die Luft. Abfangjägerstaffel wird angegriffen. Für uns gibt's hier nichts mehr. Boing, boing, alles kaputt. Pulsar-Helis laufen hier noch. Wir können hier eigentlich auch noch mal ein paar Helis bauen. Das zweite Schiff kann noch mal keine Vorwetten bauen. Bessert Auto. Bessert Porsche. Schiff wird angegriffen. Das Mutterschiff bereitet sich wieder auf einen Hypersprung vor. Okay. Heli-Korvetten-Staffel fertig. Melden Bereitschaft. Korvettenstaffel wird angegriffen. Wir halten uns hier ganz früh eigentlich. Neue Korvetten zum Bau verfügbar. Jetzt mit dem neuen Update gehen die so kaputt. Gruppe 1 hat den Gegner besiegt. Okay. Wir haben alles besiegt hier. Dann müssen wir mal gucken, wo unser Mutterschiff jetzt wieder auftaucht. Wahrscheinlich hier hinten irgendwo. Wo liegt man mit einer Sonde dahin? Hier scheint ja das Haupttrimmerstück zu sein. Da hinten kommt es auch raus. Hypersprung erfolgreich. Das Orakel bewegt sich in die Nähe eines der Wracks. Das Mutterschiff bewegt sich zu diesem Wrack. Wir müssen das Mutterschiff um jeden Preis verteidigen. Okay. Deswegen. Gruppe 1 meldet sich zur Stelle. 1 herkommen. Sonde auf Position. 2 herkommen. Auf dem Weg zum Ziel. Gruppe 2 meldet sich zur Stelle. Kampfgruppenkoordinaten eingestellt. Überwachungsdaten verfügbar. Und hier braucht es jetzt noch Ressourcen. Das sind ja nun leider keine mehr. Pulsar-Heli-Staffel fertig. Pulsar-Heli-Staffel fertig. Mutterschiff. Gruppe 1 meldet Feindkontakt. Ähm. Nimmleger können wir noch bauen. Produktion läuft. Und noch 4 Pulsar-Heli-Staffel. Und da unten kommt der erste Feindkontakt. Bestätigung. Wie ist die Trümmer zu spüren? Ne. Angriff Vektor festgelegt. Schiff wird angegriffen. Verstanden. Ziel bestätigt. Ziel bestätigt. Roger. Minenleger-Korvette fertig. Unterstützen bevorste Einheiten. Gruppe 2 meldet Feindkontakt. Gruppe 5 meldet Feindkontakt. Mutterschiff. Okay, wo kommt der Minenleger raus? Gruppe 2 wird angegriffen. Wollen wir eben andocken? Gruppe 5 wird angegriffen. Melden bereits ab. Kommen rein zum Andocken. Gruppe 2 meldet Feindkontakt. Verstanden. Wir haben Feindkontakt. Unterstützen befreundete Einheiten. Wir haben Feindkontakt. Gruppe 2 wird angegriffen. Feindkontakt. Dann mal los. Pulsar-Heli-Staffel fertig. Hier doch nochmal an. Gruppe 5 meldet Feindkontakt. Gruppe 2 ist auch da. Angreifen. Gruppe 1. Andreifen. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Gruppe 1 meldet Bereitschaft. Gruppe 5 wird angegriffen. Angreifen. Feindkontakt. Dann mal los. Verfolgen Zielobjekte. Mutterschiff-Ortungssystem wird angegriffen. Annäherungssensor. Beweger-Beweger. wo ist denn der Minenleger? ist doch ein Minenleger gebaut oh jetzt kommt hier aber viel angeflogen wir haben sie mit heruntergelassenen Hosen erwischt kein Problem fehlt Energie verbraucht, Ladevorgang läuft Pulsar-Heli-Staffel fertig Trümmerteil Trümmerteil? wobei denn jetzt hier ist Haupttrümmerteil Gruppe 5 meldet Feindkontakt ist doch das hier ne? das ist das hier hin ja das hier ist es doch ne? aber ich kann das nicht zerstören oder? ne Pulsar-Heli-Staffel fertig bestätigt ihr, die hier rumsteht könnt ihr auch mal ins Kampfgeschehen eingreifen Mietenschutz greifen ein Mutterschiff Mutterschiff bauen Minenleger ähm wo hat der seinen Sammelpunkt das Mutterschiff Mietenschutz Minenleger Korvette fertig da kommt es raus dumm könnts mal anfangen hier einfach Minen zu legen Minen werden gelegt Bomberstaffel wird angegriffen bestätigt verstanden kommt noch ein Regerschiff angedoodelt das Mutterschiff liegt unter leichtem Feindbeschuss Mutterschiff Produktion läuft noch mal ein paar Pulsar-Helis bauen ein paar normale Helis Mutterschiff sonst bin ich überall voll noch mal ein paar Ionenstrahl Plattformen bauen bereit Schiff wird angegriffen Koordinaten bestätigt auf Abfangkurs gehen Flotte schützen verteidige das Mutterschiff gegen Aliens das mache ich ja das gelingt bis jetzt auch noch ganz kurz Abfang-Gigastaffel wird angegriffen Bau nicht möglich wir können keine weiteren Einheiten unterhalten das Mutterschiff steht unter leichtem Beschuss das Mutterschiff steht unter Korvettenstaffel wird angegriffen Ionen-Geschützturm fertig verstanden hier sind die Flak-Trägatten Schiff wird angegriffen Schiff wird angegriffen wir schießen brav auf alles was bewegt Befreundete Einheiten unter Beschuss greifen ein Ionen-Geschützturm fertig Boing Einpunkt für dich und es wäre cool wenn man sich noch anzeigen lassen könnte wie viel jede Fregatte so gekillt hat das Mutterschiff wird leicht angegriffen Zeitkontakt dann mal los Ionen-Geschützturm fertig die ist hier schon ordentlich am arbeiten Gruppe 5 wird angegriffen sieht so cool aus Korvettenstaffel wird angegriffen Korvettenstaffel wird angegriffen Schiff Abfang-Geschützturm Abfang-Geschützturm wird angegriffen Wir haben Feindkontakt Gruppe 3 wird angegriffen Heli-Korvettenstaffel fertig wir können keine weiteren Einheiten mehr unterhalten Gruppe 5 meldet Feindkontakt hier oben steht die nächste Fregatte das Mutterschiff liegt unter leichtem Feindbeschuss Abfang-Geschützturm wird angegriffen Schiff wird angegriffen Schiff wird angegriffen Feindkontakt dann mal los Schiff wird angegriffen Gruppe 5 wird angegriffen da kommen sie irgendwie an die komischen Zerstörer das Mutterschiff steht unter leichtem Beschuss BW geheißen die ja Und die Plattformen sind hier auch am Feuern das ist ganz nett Gruppe 2 meldet Feindkontakt Gruppe 5 wird angegriffen Gruppe 2 meldet Sieg Korvettenstaffel wird angegriffen Na, da siegen wir überall Kampffandlung gegen Zufallstädler Voll, voll, voll Gruppe 5 meldet Feindkontakt Da brauche ich auch mal zwei Plattformen Produktion läuft Montage läuft Das Mutterschiff steht unter leichtem Beschuss Das Mutterschiff ist ja auch gleich da Geschützturm fertig Gruppe 1 meldet Sieg Verfolgen Ziel Objekte Gruppe 2 wird angegriffen Mutterschiff Ortungssystem wird angegriffen Gruppe 5 wird angegriffen Gruppe 2 hat den Gegner besiegt Gruppe 2 meldet Feindkontakt Bereithalten und Eingreifen Wir haben Gesellschaft Schiff wird angegriffen Das Mutterschiff liegt unter leichtem Feindbeschuss Gruppe 1 hat den Gegner besiegt Verfolgen Ziel Objekte Schiff wird angegriffen Gruppe 5 meldet Feindkontakt So, wir bauen hier noch ein paar Ionen-Plattformen Die leisten hier gute Arbeit Nach meinem Minenleger irgendwie verliere ich mal meine Minenleger Produktion läuft Gruppe 1 meldet Sieg Kampfhandlung gegen Zufallszene eröffnet Gruppe 5 meldet Feindkontakt Ionengeschützturm fertig Gruppe 2 meldet Sieg Schiff wird angegriffen Gruppe 2 wird angegriffen Das Mutterschiff steht unter leichtem Beschuss Bomber Bomber Ich bin jetzt Bomber Was? Gruppe 2 hat den Gegner besiegt Gruppe 5 wird angegriffen Gruppe 1 meldet Sieg Pulsar Heli Staffel fertig Schiff wird angegriffen Verfolgen Ziel Objekte Verfolgen Ziel Objekte Gruppe 2 meldet Sieg Pulsar Heli Staffel Das Mutterschiff wird leicht angegriffen Ionengeschützturm fertig Gruppe 1 hat den Gegner besiegt Kampfhandlung gegen Zufallszene eröffnet Korvetten Staffel wird angegriffen Oh, da muss man aber vorsichtig sein, dass man da nicht gegeneinander fliegt, ey Boing Gruppe 1 meldet Sieg Kampfhandlung gegen Zufallszene eröffnet Gruppe 2 meldet Sieg Minenleger Korvette fertig Bau nicht möglich Wir können keine weiteren Einheiten unterhalten Verfolgen Ziel Objekte Bereit Das waren alle Wartenungsbefehle Das waren alle Wartenungsbefehle Wir können mal andocken Andockmanöver läuft Das Mutterschiff fällt mal da Ne, noch nicht ganz Gruppe 2 hat den Gegner besiegt Nicht auch mal Geschwindigkeit vom Mutterschiff erforschen Dort ist alles nicht so lange Roger Schiff wird angegriffen Gruppe 1 hat den Gegner besiegt Andock signal grün Korvetten Staffel wird angegriffen Neues Upgrade verfügbar Aufrüstung abgeschlossen Gruppe 2 meldet Sieg Verfolgen Ziel Objekte Hier sind noch Ressourcen Schiff wird angegriffen Verständigung Gruppe 2 hat den Gegner besiegt Auf dem Weg Wir können keine weiteren Einheiten mehr unterhalten Zwei Part dahinten Gruppe 2 meldet sich zur Stelle Kann mal zum Beschützen des Mutterschiffs hier vorfliegen Gruppe 5 meldet Feindkontakt Aber unsere Jäger und Korvetten Die machen das alles schon eigentlich Schiff wird angegriffen Gruppe 2 meldet Feindkontakt Gruppe 5 wird angegriffen Aufrüstung abgeschlossen Gruppe 2 wird angegriffen Schiff wird angegriffen Schiff wird angegriffen Wir haben Feindkontakt Das Mutterschiff steht unter leichtem Beschuss Angriff abgeschlossen Warten auf weitere Befehle Abfangjäger Staffel wird angegriffen Gruppe 5 meldet Feindkontakt Mutterschiff So Wir wollen ein paar Abfangjäger Melden uns zur Stelle Gruppe 5 wird angegriffen Hier bräuchten wir ein paar Ionenstrahlplattformen Die leisten nämlich eigentlich gute Arbeit Gruppe 5 meldet Feindkontakt Das Mutterschiff wird leicht angegriffen So Wir sind gleich da Wir können uns mal das Hauptspitterstück anschauen Schiff wird angegriffen Bau nicht möglich Wir können keine weiteren Einheiten unterhalten Abfang-Geger-Staffel wird angegriffen. Pulsar-Heli-Staffel fertig. Mission erfolgreich abgeschlossen. Meldenbereitschaft. Gruppe 8 meldet Feindkontakt. So. Das Orakel hat dieses Wrack aktiviert. Es scheint teilweise online zu sein. Es übermittelt Befehle an alle Beweger. Die Beweger deaktivieren sich. Sie sind jetzt offline. Das Orakel hat Telemetrie-Daten von dem Wrack empfangen. Es hat die Koordinaten eines Progenitor-Wracks im Friedhof von Karos übertragen. Koordinaten eingestellt. Sammle die Flotte für Hypersprung. Okay, das war eigentlich wieder easy, diese Mission. Ist schon wieder nicht viel passiert. Aber das wird sich im Laufe des Games natürlich noch ändern. Also, bleibt weiterhin dran. Es wird noch spannend. Tschüss. 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 Musik Bis zum nächsten Mal.